Ich glaube daran, dass es in der Filmwelt Ereignisse gibt, die einer Sonnenfinsternis oder einer Mondfinsternis meinetwegen gleichzusetzen sind. Passiert ganz ganz selten mal, wenn dann schauen alle hin und es ist schon irgendwie was besonderes. Und um jetzt diese schreckliche Metapher schnell aus dem Weg zu räumen, sind wir hier und heute bei Blade Runner 2049, wie ich ihn gerne nenne, weil es im Englischen irgendwie eleganter klingt. Directed von dem Typ, der letztes Jahr Arrival gemacht hat, einen der vielleicht bedeutendsten Sci-Fi-Filme der letzten 10, 15 Jahre, Denis Villeneuve. Harrison Ford kehrt zurück als Rick Deckard, Ryan Gosling spielt Agent Cade mit dabei, sind unter anderem auch nochmal Edward James Olmos, der sein Comeback feiert, Robin Wright ist noch dabei, Mackenzie Davis und unglaublich viele andere relevante Schauspieler. An der Kamera, Urgestein und noch nicht mit Oscar ausgezeichnet, Roger Deakins und vor dem sehr wahrscheinlich metaphorischen Orchester, das hier durch elektronische Klänge ausgetauscht wurde, unter anderem Hans Zimmer. Und das klingt doch schon mal nach einem Projekt, wo man denkt, da stehen die Sterne ganz günstig, sowas passiert wirklich nur ganz ganz selten mal, Entschuldigung, in Hollywood. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist ganz offensichtlich, kann Blade Runner 2049, der ja ein Sequel zum 1982er Blade Runner ist, denn mit dem Original mithalten. Das will ich erstmal noch nicht sagen, es muss ja ein bisschen spannender aufgebaut werden und erstmal noch sowas ganz generelles sagen, weil ganz ehrlich, ich glaube, das wird eine der längsten, ihr seht ja jetzt schon Videos, Reviews auf diesem Kanal, weil ich unglaublich viel zu sagen habe und ich fange dabei an zu sagen, dass ich finde, dass Blade Runner 2049 das perfekte Sequel ist. Und das meine ich jetzt vorerst gar nicht mal in einem qualitativen Sinne, als dass es ein perfekter Film ist, sondern vielmehr so, dass in dieser seltsamen Kinozeit Hollywoods, in der, wenn Sequels zu berühmten und bekannten Filmreihen rauskommen, die oft ziemlich nostalgisch verklärt sind und dann doch irgendwie so eine Rückwärtsgewandtheit haben, ist Blade Runner 2049 ein Film, der sich für mich erstmal angefühlt hat, als würden die ein Skript verfilmen, das geschrieben wird, als der erste Blade Runner noch nicht mal draußen war. Weil der so frei von nostalgischen, rückwärtsgewandten Momenten ist, das was ich gerade eben schon erwähnt habe, dass ich teilweise gar nicht begriffen habe, wie es funktioniert, sich von so einem bedeutenden und großartigen Werk wie dem Original Blade Runner loszulösen und was völlig eigenes zu kreieren. Ein völlig von der Qualität des Filmes letztlich losgelöstes Kompliment will ich da anbringen und sagen. Hampton Fancher und, ach fuck, ich habe den Namen des anderen Drehbuchautoren vergessen. Auf jeden Fall die beiden. Ich ziehe meinen Hut so sehr, wie ich ihn nur ziehen kann, das mache ich am Schluss, weil meine Haare sehen dann schrecklich aus. Das ist nicht selbstverständlich, so ein Drehbuch in einer bereits bekannten Welt hinzuzimmern und dann kommen wir jetzt, nähern wir uns langsam an sowas wie einer Meinung zu dem Film meinerseits. Muss man sich erstmal bewusst machen, dass, oder sagen wir lieber mal, was Blade Runner 1982 war. Er war damals schon nicht sehr erfolgreich und hier nur noch gerade eine mittelgeile Vorhersage von mir. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass Blade Runner 2049 nicht so erfolgreich werden wird. Ich hatte in meiner Vorstellung zwei ältere, ein älteres Ehepaar neben mir sitzen, das nach einer Stunde angefangen hat, sich dauerhaft neben mir zu unterhalten mit solchen Phrasen wie, wie viel Uhr ist denn? Wie lange geht es denn noch? Wo ich erstmal eine große Warnung ausspreche und sage, wer den ersten Blade Runner schon nicht mochte, der wird hier sich keinen Gefallen tun, wenn er in den Film geht. Und da sind wir eben schon bei dieser grundsätzlichen Analyse. Ich verweise direkt auf das Video, das Anfang der Woche schon kam, wo ich Blade Runner durchexerziere und ein bisschen analysiere. Kann ich hier nur noch mal sagen, dass Blade Runner nie ein wirklich plotgetriebener Film war und ist, sondern eben hauptsächlich von seinem Subtext und von den dadurch im Plot integrierten Elemente lebt. Und jetzt kommen wir endlich endlich zu Blade Runner 2049. Im Grunde kann man das genauso auf das Sequel übernehmen. Es gibt aber ein paar Unterschiede. Vor allem, weil ich finde, da kann man jetzt schon mal so eine Sache aufmachen. Erstmal, ich werde keine Spoiler irgendwie in der Review raushauen. Ich werde mich so allgemein halten wie nur möglich, sodass Leute, die den Film gesehen haben, verstehen, was ich meine und Leute, die den nicht gesehen haben, denken, wovon redet der verdammt nochmal. So, nur das. Und da kann man schon mal sagen, dass ich finde, dass Blade Runner 2049 ein bisschen, aber auch wirklich nur ein bisschen plotgetriebener ist, wenn es eben darum geht, dass Ryan Goslings Agent K hier teilweise schon eher auf einer persönlichen Mission ist, wo ja jetzt Rick Deckard eher dann doch so nur der Agent war und dann quasi Sachen passiert sind, die ihm, die ihn persönlich angingen. Und hier ist es wirklich so, es geht ein bisschen um Vergangenheitsbewältigung und es geht natürlich irgendwie auch um Identitätsfindung. Und diese Themen sind natürlich auch dem Ganzen immanent, dass man sagt, was sind Menschen, was sind Maschinen und erstmal noch ein Wort zur Welt an sich muss ich auch hier wieder ein riesengroßes Kompliment aussprechen. Das Worldbuilding, das betrieben wird, fühlt sich unglaublich kohärent an und ich kann gar nicht genug Lob aussprechen, wie sinnvoll das teilweise weitergeführt wird, dass es jetzt sogar Elemente gibt, die noch, ich will es gar nicht sagen, aber ich glaube, Anna de Armas heißt die Schauspielerin, auch das ist jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber was die im Film ist, das war einfach nur so unglaublich klug und dass es dann sogar noch ein Zitat auf einer meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre gibt, Hör, das werden Leute bestimmt auch direkt kapieren, fand ich auch großartig. Und dann kommen wir jetzt endlich mal auf den Punkt, wo ich sage, ich fand den Film wirklich, wirklich gut. Aber es haben mich ein paar Sachen gestört, aber auf der anderen Seite, das ist jetzt schon wieder das viel zu frühe Fazit, muss man dem Film einfach noch eine Chance geben, weil genau wie der erste Blade Runner dieser Film mit so viel Subtext aufgeladen ist und mit so viel Meta-Ebenen und emotionalen Verkettungen der Figuren, dass das eigentlich in einem Durchlauf gar nicht zu erfassen ist. Ähnlich wie mit dem Original Blade Runner oder auch die direkte Referenz mit Arrival verhält es sich meiner Meinung nach da. Und da kommen wir erstmal zu einem ganz persönlichen Ding, wo ich erklären muss, wie versuche ich normalerweise Filme aufzuschlüsseln. Bei mir ist es mittlerweile so ein fester Mechanismus, dass ich mich bei jeder größeren Szene im Film frage, wozu ist die jetzt da? Was ist der Sinn der Szene für den Plot? Und genau da ist eben der Punkt, wo ich sage, da komme ich bei so einem Film wie Blade Runner 2049 ein Stück weit an meine Grenzen, weil wie erzählt der Film? Der Film erzählt so, dass er eben hingeht und ein Plotpoint erstmal setzt. Das ist im Moment die Aufgabe, das wissen unsere Protagonisten und damit beschäftigen wir uns jetzt erstmal für die nächste halbe Stunde. Und das wird dann ausgebreitet in unglaublich großen und pompösen und langatmigen Szenen, womit man jetzt nicht unbedingt was Negatives konnotieren muss. Denn es ist immer wunderschön und es sieht immer krass aus. Und worauf ich hinaus will, ist eben, je länger so ein Plotpoint geht, desto schwieriger wird es innerhalb der einzelnen Szenen, die während diesen Plotpoints dazwischen stattfinden, desto schwieriger wird es einfach für sich selbst rauszufinden, was passiert da jetzt. Und so muss ich fairerweise sagen, finde ich, ist es auch ein ziemlich valider Kritikpunkt, den ich hier anbringe. Verliert sich der Film ab und an vor allem im zweiten Akt darin, einfach zu viele Szenen zu erzählen, die teilweise dann auch eben mal nicht mehr... Ich finde, das ist okay, dass er sich diese Freiheit erlaubt, dann auch mal zu sagen, wir brauchen jetzt einfach mal nur eine Szene, die so ein bisschen die Luft rausnimmt. Obwohl das schon wieder fast wie ein Gag von mir klingt. Aber da braucht er teilweise einfach zu lang. Und da sind ein paar Szenen drin, die es vielleicht nicht unbedingt gebraucht hätte. Und wie ich schon gesagt habe, plottet Blade Runner 2049 ein bisschen mehr als sein Vorgänger, auch wenn ich vielleicht sagen würde, dadurch, dass 2049 jetzt ein gutes Stück länger ist als sein Vorgänger, verteilt sich wieder ganz gut auf die Gesamtlänge, so dass es so der narrative Rhythmus eigentlich grundsätzlich derselbe ist. Aber, wie gesagt, das bleibt ein Kritikpunkt von mir, dass ich sage, dafür, dass er mehr plottet, verhardert er sich zu oft in diesem langwierigen und gemächlichen Storytelling. Aber, und das haben wir eben auch schon festgestellt und ich in meiner Analyse aus dem letzten Video, in Blade Runner ging es letztlich nie. Und auch in Blade Runner 2049 geht es letztlich nicht um den Plot. Und da sind wir bei einem Punkt, wo ich ganz ehrlich, so ganz ehrlich zu euch und zu, was weiß ich, zu mir selber wahrscheinlich auch sein muss und sage, dieser ganze Subtext und diese ganze Meta-Ebene, die da drin steckt, wenn es jetzt um Maschinen und Menschen geht, da konnte ich zwar schon einiges rausziehen und das war auch toll. Und da waren wirklich einige Ideen, die so grandios waren, dass sich das im Kino kaum aushielt, nicht zu klatschen. Kein Scheiß. Ich werde es natürlich jetzt auch hier auf keinen Fall spoilern. Aber es ist eben verdammt viel und da bin ich auch an dem Punkt, wo ich sage, wahrscheinlich macht das irgendwie 40 Prozent des ganzen Filmes aus, meinetwegen auch 50 Prozent des ganzen Filmes. Und ich erlaube mir selbst noch nicht, mir über diese 50 Prozent des Filmes ein vollkommenes Urteil zu fällen. Und deswegen bin ich auch noch an einem Punkt, wo ich sagen muss, das Narrative, was im Film passiert, finde ich cool. Die Meta-Ebene habe ich noch nicht ganz erfasst, deswegen ist mein Stadium sozusagen im Moment, dass ich sage, es könnte sein, dass die mich, wie im Original Blade Runner, auch wieder so fesseln wird, nach zwei- oder dreimaligem Schauen, dass mir der Plot etwas egaler wird, so dass es eben wirklich diese 50 Prozent Stellung, diese 50-50 Stellung einnimmt. Und drittens will ich einfach warten, was der Film noch so mit mir macht, wie er so vor sich hin gedeiht in meinen Gedanken, wie viel ich darüber nachdenken muss, weil das ist vor allem auch was, was der Original Blade Runner dann mit mir gemacht hat. Und das sind irgendwie alles Parameter, die sich eben nicht an so einem einfachen, ich gehe jetzt ins Kino, komme nach Hause und sitze mich vor die Kamera und Red darüber messen lassen. Das ist ein bisschen Zeit, dass dann mal die da mal verstreichen muss. Und viel mehr habe ich dann auch nicht zu sagen. Denis Villeneuve hat es wieder gemacht, Sicario mochte ich nicht so gerne, Arrival habe ich ja schon gesagt. Und hier, das ist auch wieder ein grandioses Ding. So viel kann ich einfach sagen. Nur bin ich mir noch nicht im Klaren darüber, ob wirklich ordentlich grandios, grandios oder sehr, sehr grandios. Was jetzt in Punktzahlen einfach, ob acht, neun oder zehn wäre. Soweit bin ich aber noch gar nicht, weil ich einfach nochmal betonen will, wie sehr ich letztlich beeindruckt davon bin, dass der Film seine eigene Welt erstens mal komplett verstanden hat und auch den eigenen Vorgänger so unglaublich gut verstanden hat, dass da in diesem Film wieder so unglaublich viele Metaphern mit Augen und und Charaktere auftreten, die eben was an ihren Augen haben, nenne ich es jetzt einfach mal so. Und allein diese Sachen irgendwie mit einer Interpretation auszustatten ist so unglaublich komplex. Das lässt sich nach einem einmaligen Schauen einfach nicht machen. Deswegen erhält der Film von mir auch, ich sage jetzt einfach mal neun von zehn Punkte, weil ich es einfach grandios fand, weil er mich nie gelangweilt hat, seine ganzen 160 Minuten lang, weil ich gern jetzt noch 20 Minuten weiter drüber reden wird, aber es eh nur noch alles das ein und selbe ist. Und damit verbleibe ich mit der Verabschiedung und sage, schaut doch gerne auf Twitter vorbei. Da werde ich dann bei einem eventuellen Rewatch schon in den nächsten Tagen oder den nächsten Wochen updaten. Und ich weiß es nicht so genau, ich habe jetzt über einen Spoiler-Talk nachgedacht, dann wenn ich den Film noch mal geguckt habe, auch wenn es erst irgendwann in Monaten sein sollte, könnt ihr ja auch mal gern in den Kommentaren schreiben. Und natürlich schreibt, wie ihr den Film fandet, weil es ist ein laufender Prozess auch in meinem Kopf und wahrscheinlich auch bei euch. Deswegen, das war's und ich hoffe, ihr habt die Review, auch wenn sie so lang war, angeguckt. Auf Wiedersehen, abonniert diesen Kanal und liked das Video sehr gerne vor allem. Auf Wiedersehen und schaut, jetzt ist das hier irgendwo verlinkt, das letzte Video zum ersten PlayConner. Das war nämlich grandios. Eigenlob stinkt. So, tschüss.